Warum sind Sie abgesprungen? Ist jemand hinter Ihnen her? Wer ist er? Was ist er? Wie er durchkommt, ist sein Problem. Aber was ist sein Auftrag? Fragen Sie ihn, ob er immer ein Messer bei sich hat. Traue nie einem Menschen. Traue keinem. Sprich mit keinem. Liebe niemanden. Verdächtige jeden. Weißt du, ich kümmere mich in den Dreck um, die Polizei. So kannst du überleben. Krieg im Spiegel bietet vier aufregenden jungen Talenten eine Chance. Du brauchst nicht nach Kalkstadt. Fahren wir irgendwo anders hin. Wo Sonne ist. Christopher Jones, der schlagartig berühmt wurde durch Wild in den Straßen und das Penthouse. Pia Degerma, Preisträgerin von Cannes für Elvira Madigan. Lassen Sie ihn nur! Lassen Sie mich raus! Anthony Hopkins, ein großartiger englischer Charakterdarsteller. Wir kämpfen einen Kampf auf einsamen Posten im Dunkeln. Niemand dankt es uns. Aber mein Gott, Sie schlafen wenigstens alle nachts, oder nicht? Und Susan George, im raschen Aufstieg auf der Leiter zum Starro. Ich hab's mir wegmachen lassen. Krieg im Spiegel mit Ralph Richardson. Paul Rogers. Nein, Warte! Nimm auf, was er sendet! Du musst hören, was er sendet! Hör ihm zu! Oben, unten, auf allen Seiten spiegelt sich dein Blick in kalten Augen. Ich riskiere mein Leben für Sie. Da möchte ich wenigstens einen Namen wissen. Sagen Sie mir einen, irgendeinen Namen! Wo ist dein Vater? Er ist weg, in einem Flugzeug, um Geld zu verdienen. Ist ein Geheimnis. Es gibt keine Geheimnisse. Passen Sie mal auf. Sie haben ihn nicht gesehen. Sie wissen nicht, wo er ist. Krieg im Spiegel. Die Gewinner. Die Verlierer. Die Unsichtbaren. Die Furchtlosen. Hinter was sind sie her? Hinter wem sind sie her? Werden Sie dir was tun? Ja, sie werden mich töten.